Hallo, mein Name ist Jürgen Warkus und ich bin Produktspezialist für Identifikationssysteme bei Peppel & Fuchs. Für Identifikationsaufgaben mit RFID-Technik stehen Ihnen heute viele verschiedene Systeme und Komponenten zur Verfügung. Deshalb möchte ich Ihnen erläutern, nach welchen Kriterien Sie ein RFID-System für den industriellen Einsatzbereich auswählen. Die zentrale Komponente eines RFID-Systems ist der Transponder, auch als RFID-Tag oder Datenträger bekannt. Deshalb ist die Auswahl des richtigen Transponders besonders wichtig. Er besteht aus einem Chip, einer Antenne und einer entsprechenden Verpackung. Die Auswahl hängt zunächst davon ab, wie viele Daten Sie auf einem Transponder speichern möchten. Zur Verfügung steht eine Vielzahl von Speicherchips, die auf verschiedenen Frequenzen arbeiten und unterschiedliche Speichergrößen abdecken. Von einem unveränderlichen Fixcode, einem Schreiblesespeicher von 100 Byte bis hin zu einem Speicher von mehreren Kilobyte. Wichtig ist zudem Ihre gewünschte Schreibläse-Reichweite. Mit Short-Range-Systemen, die in einem Frequenzbereich von 125 kHz oder 13,56 MHz arbeiten, können Sie Reichweiten bis zu 20 cm erzielen. Für größere Reichweiten, bis zu 6 m sind möglich, empfehlen sich Komponenten im UHF-Frequenzbereich, die zwischen 865 und 928 MHz liegen. Beachten Sie bei der Tag-Auswahl außerdem die Bedingungen, denen die RFID-Tags ausgesetzt sind. Für verschiedene Einsatzgebiete gibt es vielfältige Transponder-Bauformen. Von einfachen Klebe-Labels, über mechanisch robuste Gehäuse in verschiedenen Größen bis hin zu speziellen Umwandlungen, zum Beispiel für höhere Temperaturen über 200 Grad Celsius, für den Einsatz in Wäschereien oder für den bündigen Einbau in Metall. Hier ist die Spule zum Beispiel in einen Ferritkern eingebunden, der die Feldlinien in Richtung des Lesekopfes bündelt und den Einfluss des umgebenden Metalls abschirmt. Überlegen Sie bei der Auswahl der Transponder dann, ob nur jeweils ein Tag im Erfassungsbereich erwartet wird oder ob Sie mehrere Tags gleichzeitig erfassen möchten. Davon abhängig ist die Wahl zwischen LF, HF und UHF-System. Letzteres realisiert die gleichzeitige Erkennung mehrerer Transponder am besten. Um einen Transponder auszulesen und beschreiben zu können, benötigen Sie natürlich auch die geeigneten Schreibläseköpfe. Diese wählen Sie in Bezug auf die Frequenz, den ISO-Standard und Ihre Baugröße passend zum Transponder aus. Schreibläseköpfe gibt es in verschiedenen Bauformen. Vom kompakten Rieder in einer M18-Gewindehülse bis hin zu einer Breite von 50 cm. Letztere ist zum Beispiel besonders für hohe Vorbeifahrgeschwindigkeiten geeignet, weil sich der Tag hier lange im Erfassungsbereich befindet. Dank Ihrer robusten Bauformen können Sie all diese Schreibläseköpfe auch in rauen Umgebungen einsetzen. Durch eine Vergussmasse geschützt, sind Sie mindestens für die Schutzart IP67 spezifiziert. Während Sie Short-Range-Systeme weltweit nutzen können, zählt ein UHF-System zu den Funksystemen. Und deshalb bedarf es einer landeseigenen Zulassung. Es stehen von Land zu Land unterschiedliche Frequenzbereiche und Kanäle zur Verfügung. Achten Sie bei Ihrer Auswahl darauf, dass der ausgewählte Rieder für den Frequenzbereich ausgelegt ist und auch die Zulassung für das Land des Einsatzes vorliegt. Zu guter Letzt binden Sie Ihre Schreibläseköpfe über eine Auswerteinheit an einen Rechner oder eine Steuerung an. Eine Vielzahl verschiedener Varianten mit allen gängigen Schnittstellen und unterschiedlicher Anzahl von Schreibläsekopfkanälen steht Ihnen dafür zur Verfügung. Die Auswerteinheiten bieten verschiedene Features. Bei dieser vierkanaligen Auswerteinheit ist an Kanal Nummer 4 ein Triggersensor angeschlossen, der den Schreibläsekopf an Kanal Nummer 1 ansteuert. Unser Gerät ist so konfiguriert, dass es bei der Betätigung des Sensors einen voreingestellten Lesebefehl ausführt. Wird der Triggersensor bedämpft, während sich der Transponder im Erfassungsbereich des Lesekopfs befindet, wird die angeschlossene Leuchte an Kanal Nummer 3 aktiviert. Haben Sie eine solche Einstellung einmal vorgenommen, ist keine Verbindung zu einem Rechner mehr notwendig. Sie sehen, die Kriterien bei der Auswahl eines RFID-Systems sind sehr vielfältig. Je nach Anwendung stehen Ihnen Transponder, Schreibläseköpfe sowie Auswertinheiten in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Mehr Informationen zu RFID und allen Komponenten finden Sie auf unserer Website. Gerne beraten wir Sie auch persönlich bei der Zusammenstellung Ihres IDENT-Systems. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank!